Vor einem Jahr oder so hätten wir, oder vor allem in Fabian, hätten wir Simon jetzt mit einen Sinn annehmen können. Welches Schiffe habt ihr die höchsten auf Maxlevel schon, oder? Einiger. Maxlevel schiffe also auf Tier, was ist das höchste Tier? Sehen? Da lang. Schön ist, jemand fährt manchmal immer leider vor und du verrötest dann deine Torpedos auf ihn und er weicht dann aus und dann hast du keine Torpedos mehr. So war's vorhin. Am ersten. Ja, 40 Sekunden. Das ist jetzt nicht so... Ja. Ja. Och. Ja, das glaub ich dir. Bei 42 oder so war das Normal und dann kannst du dich ja noch runter machen, minus 10% oder so. Und das macht dann halt 47 oder so. Simon, ich hab... Guck mal, hier. Da dann. Ich warte eh auf dich, ich hab schon reduziert, dass du vorher fahren kannst. Ja, bist du für... Ja, danke. Ja, ich fühl's schon auf 5 Knoten. Dankeschön, das geht's nimmer. Das heißt jetzt, die Schlachtschiffe müssen in normalen Gefechten auch immer ganz vorne sein. Also, Zerstörer, die auch Zerstörer sind. So. Zerstörer, krieg ich hier. Chewie, Shima, Kase und Giring, ja. Kapparau ist n Harugumo nicht. Förmlich Kapparau ist. Mach ich aber. Ich bin jetzt hinterm Wasser. Simon, fahr mal nicht näher an mich ran. Bleib mal auf dieser Entfernung ungefähr. Genau. Genau. Simon, adjustier mal ein bisschen weiter nach rechts. Guck mal, was ich in den Chat geschrieben hab. Mach das mal bitte. Das ist nochmal einfach mit der Kamera drehen, gell? Mit der Kamera drehen, richtig. Ich werde mal langsamer, ganz kurz langsamer werden. Und jetzt kannst du wieder aufs Gas treten. Simon, pass auf, gleich. Gleich könnte das soweit sein. Ne, 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 gut, das ist sehr gut. Kommen Sie mal, nicht nachlassen, nicht nachlassen. Würde ich mir vorfahren lassen. Alles gut. Seid ihr links gespawnt? Naja, ihr links oder unser links? Unser links. Simon, wir fahren hier lang. Durch diese Lücke. Dann da lang. So wie ich jetzt drehe. Genau, und die Türme bleiben auf der Seite, wo sie sind. Genau deswegen. Der nach rechts, der schießt auf sich. Ne, er guckt mich, oder? Guckt er mich an oder guckt der andere mich an? Beizufahren ist nicht schlimm. Er seinen Zupido-Wäffer gedreht hat. Bot zuerst hört, du scherz seinen Vater. Lass den Bot. Hier langfahren. Geh durch. Gas, gib Gas hier, man. Du fährst oben. Ach ne, komm mit mir mit. Aber jetzt musst du ein bisschen vorsichtiger sein, weil hier ist es ganz schön eng. Pass auf, nicht, dass du überdrehst oder so. Ja. Oder unterdrehst. Wie er sofort schießen kann, der Bot. Hey, der dritt rein. Halt auf die Seite. Was macht er da? Was macht er da? Warum bin ich verweg? Bitte? Was? Fahr weg. Achso, ich hab Ferek verstanden. Ja, ich fahr gleich weg, gib mir noch ein bisschen was. Mensch, ich wollte schon Rutschbengen. Na, alles gut. Scheiße, die Felswand. Felswand. Was? Ich bin von der Felswand. Nein, nicht mehr. Dominik, dieser Anime-Rauch schaut scheiße aus. Der ist cool. Nein, wenn der neben der andere Rauch normal ist, schaut scheiße aus. Ich find' den cool. Ja, der Bahnbrauch ist... Simon, ich mach dich. Simon, hier, hier, schnell. Ja, ich darf auf meine früheren. Achso. Kann ja jetzt das werden hier. Habe einer schon weg, es sind noch zwei. Sind das für eine Streuung von den Torpedos, Alter? Wir waren ja ineinander. Torpedos, wir waren ja ineinander. Kann ja nur sein, dass du da langgefahren bist, oder? Lass mich recht haben. Ja, habe ich. Machst du den Rest, Simon? Ja, hat mir meinen Schach. Ich bin schon hinter dir. Na, der eine. Ja, er hat doch getroffen. Was hat er ausgefallen lassen? Simon, mach doch immer schnell da oben hin, ne? Ja, wo ist er? Ja, da oben irgendwo. Oh. Kann jetzt. Alles gut, Simon, alles gut. Bleib mal da stehen, wo du gerade bist. Du musst einfach stehen bleiben. Und ein bisschen nach rechts. Ne, du bist wahrscheinlich dann rechts lang gefahren, ne? Du bist rechts runter. Simon ist nicht im Nebel, nein. Oh, das ist vielleicht nicht so. Simon, hinter dir, hinter dir. Schnell. Du mal. Ich habe keinen Ruder mehr. Äh, kein Steuer mehr für sechs Sekunden. Ich kann nicht. Simon, schieß doch. Ich kann die Torpedos. Nicht die Torpedos. Geschützte, normale, eins, meine ich. Da ist er weg. Oh, genau zwischen der Beers gestanden. Einzige Chance ist halt, dich hinter der Insel oder so zu erwischen. Also eigentlich, Simon, ist viel zu weit weg. Ja, mich muss er auch nicht abschießen. Hier hinten, Simon. Fahr bitte da lang, okay? Er hat nicht mehr viel gehabt hier. Ah, guck mal da. Schönes Flugzeug. Schönes Flugzeug. Nach links, Simon. Schön nach links fahren, okay? Und schießen ab. Komm, es ist deiner. Hol ihn dir. Los. Ah, Mist. Egal, das Flugzeug dreht noch eine Runde. Dann kriegst du sie mal los. Hol ihn dir. Mein Flugzeug hat schon ein Viertel wieder umgedreht. Ich bin auch hinter ihm her, also. Er ist hier. Da ist er lang gefahren. Hinter dieser Insel. Jo, ja, er ist hinter der Insel. Fahr du links lang, Simon. Links. Musst du lang fahren. Fahr hier lang. Links da. Durch die Mitte. Jetzt finkst du schon woanders. Nein, kann er nicht. Ich bin nicht offen. Er muss da sein. Dieses Video-Scout ist direkt. Stört mir bloß nicht. Jetzt ist er wieder. Er ist vor mir. Ja, er ist rechts. Nein, er mag jetzt ein Torpedos. Jo. Ja, da ist er nicht. Das ist ein Torpedos gerade. Hinten. Schon nach hinten. Ja, ich sehe. Komm, wir gehen in den Cap rein. Ja, was soll ich denn machen hinter dir herfragen? Ja, sicher. Aber nicht einnehmen, doch nicht. Nein. Entweder ist er hier. Oder er ist hier. Hier ist er. Bist du offen, Simon? Simon, bist du offen? Negativ. Ja, 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 er ist sicher. Ja, er ist hier. Er ist rechts von uns. Rechts hier ist er. Ist egal. Hier ist er. Wo ist er denn jetzt? Rechts hier, da, zwischen der Insel. Hier irgendwo ist er. Ja, ich sag. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg draußen. Simon ist mitten reingefahren. Simon, du musst schnell raus. Neine Minute. Wenn ich raus bin, dann ist es ein bisschen länger. Ne, ich bin rausgefahren. Bist du offen geoffen? Ja, bremsen gerade. Nein, nicht bremsen. Du sollst rausfahren. Rückwärts dauert zu lange. Dreh, gib Gas und fahr links raus. Hast du noch vielleicht 150 Sekunden oder so. Niemals rückwärts fahren. Das dauert zu lange. Du hast ein bisschen ein leichtes Torpedo-Opfer. Warte mal, wenn er hier um meine Ecke kommt, dann ist er. Dann ist er kurz. Ne, dann ist er ja offen. Geht er nicht. Du musst einfach rausfahren. Das schaffst du schon raus. Ich bin entdeckt. Hier lang. Darf fährst du lang? Er ist mittlerweile entweder hier lang gefahren. Nein, nein, nein. Nein, er hat mich entdeckt. Er hat dich entdeckt, aber ich bin nicht offen. Dann fährst du hier rum. Steht richtig die Geschütze aus, was heißt das? Wo steht richtig die Geschütze aus? Ja, hier. Weil ich schießen möchte. Ach, genau. Richtig. Ach, da unten. Komm mal bitte auf zu schießen, Simon. Und pass mal auf, wo du hinfährst. Ja, genau deswegen sollst du aufpassen. Hier lang, bitte. Wir spielen passiv, Simon. Nicht da lang. Hier, bitte. Dann jetzt Torpedos, rechts Torpedos. Und schießen danach, sofort. Den kriegst du. Komm, ist nicht mehr viel AP, was er hat. Sehr schön. Sehr gut. Ich wusste, dass du nicht runtergefahren bist. Ich bin zur Sicherheit trotzdem danach. Aber ich wollte nicht im offenen Feld gegen dich kämpfen, weil... Ich hatte halt die Hoffnung, dass du hinter einer Insel bist und dann vorguckst und dann... Ja.